Die Equilizer gehören neben den Multibandkompressoren zu den klanggestaltenden und am schwierigsten einzustellenden Geräten im Mastering. Gleichzeitig ist der EQ eines der wichtigsten künstlerischen Gestaltungsinstrumente des Mastering Engineers. Wir benötigen Geräte, die sehr warm und natürlich klingen, möglichst spät zu unnatürlichen Filtergeräuschen neigen und gleichzeitig präzise einstellbar sind. Gerastete Frequenzen wie z.B. beim Waves Linear EQ Broadband 32 sind für präzise Eingriffe ungeeignet. Die Gruppe der parametrischen EQs ist im Mastering am häufigsten vertreten. Meine Lieblingsvertreter sind der Cambridge und Precision EQ der UAD und der Sony Oxford EQ der Powercore. Der Precision EQ hat leider auch nur Rasterpositionen für die Frequenzwahl, brilliert dafür aber mit außerordentlich weichen Höhen durch vierfaches Oversampling. Im Kapitel 1 hatte ich mich über den Unsinn von hohen Sample-Frequenzen ausgelassen. Dieser EQ zeigt, wie man durch diskretes Oversampling, also eine Verdoppelung der Abtastrate, hervorragende weiche Klangfarben im hohen Frequenzbereich erreichen kann, ohne dass wir ständig den Ballast hoher Sample-Frequenzen herumschleppen müssen. Zu der Gattung der ästhetischen EQs kann man den Pultec und Pultec Pro der UAD1-Karte zählen. Der Hersteller Nomade Factory bietet native Plugins, die den Pultec auf hohem Niveau emulieren. Ähnlich wie der hardwareseitig bekannte SPL-Tube-Vitalizer ist der Pultec darauf ausgelegt, ein Master nach der Fletcher-Munsen-Kurve massenkompatibel zu entzerren. Diese EQs haben keine präzisen Eingriffsmöglichkeiten, jedoch Regelmöglichkeiten für den Bassbereich, die Entbumpfung der Mitten, Unterstützung der Sprachverständlichkeit und das Höhenenhancement. Die Unterschiede und Grenzen von nativen oder halbnativen EQs sind am ehesten wahrzunehmen, wenn man diese Geräte mit starken Höhenanhebungen zwischen 14 und 20 kHz betraut. Machen Sie sich einmal die Mühe, Ihre EQs untereinander und eventuell auch mit guten externen Geräten zu vergleichen. Sie werden über die starken Unterschiede staunen.